Ich werde jetzt auch auf dem Heimweg, ja, nach wie vor, gut was. Ich werde jetzt auch auf dem Heimweg. Das ist der Terror Israel. Ich bin normalerweise ein kerngesunder, ganz normaler Mensch. Nach wie vor, gut was. Fettwurst-Dämonen! Kommt doch gerne auf IGV auf! Du feier, go down! No!